Ich habe gesagt, Sie können Wunder tun. Und ich habe auch gesagt, dass es heute notwendig ist, dass wir alle finanziell frei werden. Und dass es unser Geburtsrecht ist, finanziell frei zu werden. Dazu müssen wir uns verpflichten, wir müssen volle Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es noch ein drittes, und das ist Selbstvertrauen. Volles Selbstvertrauen. Das ist etwas sehr Schwieriges für die meisten Menschen. Selbstvertrauen. Ich habe mein Buch, das erste Buch, Der Weg zur finanziellen Freiheit, 10 Millionen Mal verkauft. Das war unglaublich. Mir wurde gratuliert von allen Ecken und Händen. Man hat mir auf die Schultern geklopft. Man hat mich gestreichelt. Gucken Sie mal, was passiert ist. Ja, ja, ja. Aber es war keine Erfolgsgeschichte von Anfang an. War es nicht. Ich habe das Buch geschrieben, habe gedacht, das ist gut, habe einen Verlag angeschrieben. Absage. Wer kennt das? Absage. Was machen wir bei einer Absage? Weiter. Gut. Aber die Absage war fies. Die haben mir nämlich geschrieben, Herr Schäfer, Sie sind Legastheniker. Sie sind kein Schriftsteller. Hey, ich weiß, dass ich Legastheniker bin. Dafür brauche ich keine Absage. Dann habe ich die nächste Absage bekommen. Ihre komische Mischung zwischen Geld und Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann man das denn trennen? Denn Mensch vom Geld, das Geld vom Mensch geht da gar nicht. Ich habe in anderthalb Jahren keinen Verlag gefunden und ich hatte 57 Absagen. 57. Was machen wir, wenn wir Absagen haben? Weiter. Der 58. Hat gesagt, ich mache es mit Ihnen. Der 58. Das muss man sich mal vorstellen. 58. Nach anderthalb Jahren. Und dann sagen die Leute mir so leicht, das ist nicht möglich. Das Wort unmöglich. Das missbrauchen wir. Das ist ein Unwort. Das Un muss weg. Was steht dann da? Yes. Möglich. Also, der 58. Verlag. Ich sitze in der Verlagskonferenz, weil die mich eingeladen hatten. Und die sagen, Herr Schäfer, haben Sie einen Wunsch an uns? Sage ich ja. Macht das Buch zu eurem Top-Titel. Und dann sagen die, Herr Schäfer, Sie sind ein No-Name-Product. Keiner kennt Sie. Warum sollen wir Ihr Buch zu einem Top-Titel machen? Ich weiß noch, ich sehe noch genau das Gesicht, Ihr Top-Titel. Ja, habe ich gesagt, weil es die Nummer 1 Bestseller wird. Boah, da haben die richtig angefangen zu lachen. Einer hat sich auf die Schenkelchen geklopft vor Freude. Hu, hu, hu. Und dann haben sie mich gefragt, Herr Schäfer, warum glauben Sie, dass es Nummer 1 Bestseller wird? Wie viele Bücher wollen Sie denn überhaupt verkaufen? Habe ich gesagt, ja. Da müssten Sie mir erst eine Frage beantworten. Was hat der erfolgreichste Autor der Verlagsgeschichte bei Ihnen im ersten Jahr verkauft? Sagten die mir, das war der und der, 46.000 Bücher. Sagten die mir, okay, dann können wir sagen, 100.000. Hu, 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 hu. Wie kommen Sie auf 100.000? Ich sage, ganz einfach, 46.000 ist eine ungerade Zahl. Runden wir es auf, auf 50 mal 2, 100.000. Ja, warum konnte ich das machen? Weil ich damals nach zweieinhalb Jahren wirklich 100.000 verdient habe. Jeden Monat. Obwohl ich es mir gar nicht vorstellen konnte. Konnte ich mir vorstellen, Nummer 1 Bestseller. Keine Ahnung. Aber ich wusste, wenn ich mich verpflichte, dann kann ich es. Dankeschön. Danke.